Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast zum Thema der Autismus Spektrum Störung von und mit Timo Warnholz. Wir starten sofort ins Thema. Schön, dass ihr da seid. Und da sind wir auch schon mitten im Thema und heute geht es wieder um die Wahrnehmung. Wir sind ja relativ dem Ende nahe, aber eine ganz besondere Wahrnehmungsform, die müssen wir heute nochmal uns genauer angucken. Und zwar ist es die propriozeptive Wahrnehmungsverarbeitung. Ja, das klingt erstmal so von der Begrifflichkeit ein bisschen abstrakt oder komplex vielleicht. Propriozeption auf jeden Fall ein Wort, das man nicht regelmäßig hört. Und deswegen möchte ich euch hierfür erstmal ein einfaches Wort geben, nämlich die Selbstwahrnehmung. So würde man das alltagstauglicher ausdrücken. Und die propriozeptive Wahrnehmungsverarbeitung ist laut Definition die Fähigkeit unseres Körpers zu spüren, wo unsere Gliedmasken und Muskeln sind, ohne hinzuschauen. Es hilft uns also, Dinge wie das Heben von Objekten, das Gleichgewicht und die Körperhaltung zu kontrollieren. Und denk mal so am Beispiel daran, dass ihr zum Beispiel nach links guckt, aber den rechten Arm irgendwie so ein bisschen angewinkelt, über den Boden haltet oder so. Dann spürt ihr natürlich trotzdem, wo der Arm ist, obwohl ihr den gar nicht sehen könntet. Und das ermöglicht uns die propriozeptive Wahrnehmungsverarbeitung. Ja und auch hier gibt es natürlich Besonderheiten und die Besonderheiten sind natürlich dann besonders prägend, wenn es hier sich um Über- oder Unterempfindlichkeiten handelt. Und wie die so aussehen und welche Symptome oder Verhaltensweisen dann auch darauf hinweisen, dass die propriozeptive Wahrnehmung vielleicht etwas anders wahrgenommen wird, vielleicht sogar gestört ist, könnte man sagen. Oder auf jeden Fall eine Empfindlichkeit in irgendeine Richtung aufweist. Und da werden wir jetzt mal einen Blick drauf werfen und wir starten wie immer mit der Überempfindlichkeit. Ja und da erkennt man so ein paar Dinge, die man auch vielleicht anteilig so ein bisschen mit der taktilen Wahrnehmung auch verwechseln könnte. Es gibt zum Beispiel bei Menschen, die hier überempfindlich sind, erstmal eine Empfindlichkeit gegenüber Druck und Berührung. Das bedeutet, dass überempfindliche Personen auf Druck empfindlicher oder auf Berührung empfindlicher reagieren. Zum Beispiel könnte schon das tragen von eng anliegender Kleidung wie enge Hosen oder Ärmel als unangenehm oder vielleicht sogar schmerzhaft wahrgenommen werden. Und das gleiche gilt natürlich auch, wenn jetzt jemand da auf die Schulter fasst oder so oder ein bisschen mehr Druck ausübt, auf die Idee kommt vielleicht eine Massage anzuwenden oder so. Dann kann das schon relativ schnell eine sehr schmerzhafte Ecke abdriften. Ja, ein weiterer Punkt wäre, dass Menschen, die hier überempfindlich sind, manchmal Probleme haben, ihre Muskelspannung zu regulieren. Das heißt, sie könnten zum Beispiel übermäßig angespannt sein und dadurch dann irgendwelche Verspannungszustände erreichen. Woraus denn wiederum Kopfschmerzen entstehen oder sowas, das sind alles so Folgegeschichten. Und die Muskelspannung so richtig zu regulieren, das ist halt, wenn man hier überempfindlich ist, auch nicht so einfach. Und dann gibt es Empfindlichkeiten gegenüber der Körperposition. Also könnten zum Beispiel überempfindliche Personen Schwierigkeiten haben, ungewohnte oder unangenehme Körperpositionen zu tolerieren oder zu ertragen. Das Sitzen oder Liegen auf einer unebenen Oberfläche zum Beispiel, wie zum Beispiel auf einem Stuhl mit unregelmäßigen Polstern oder das irgendwie unter der Matratze irgendwas kleines Licht, das da irgendwie stört in der Wahrnehmung. Das können so Themen sein, die hier auf jeden Fall eine Rolle spielen. Und ja, wir haben dann auch hier manchmal so Sachen wie, dass die Menschen, die überempfindlich sind, Probleme haben, schwere Lasten zu tragen zum Beispiel. Sie könnten zum Beispiel Schwierigkeiten haben, Gegenstände zu tragen oder können sich unwohl fühlen, wenn sie Druck auf ihrem Körper ausüben. Beispielsweise auch beim Tragen eines Rucksacks. Also nicht immer nur beim Tragen einer Umzugskiste oder eines Möbelstücks, sondern das fängt schon relativ klein an. Ja, und hier ist es oft so, dass die Menschen halt Probleme haben, das zu regulieren. Und deswegen ist es dann halt auch ziemlich unangenehm und könnte dann zum Beispiel zu Stress oder emotionalen Ausbrüchen führen. Das ist auf jeden Fall auch nicht ganz unwahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall geht hier wieder einfach ein bisschen vorsichtig sein und dann geht das im Umgang mit den Menschen schon ganz gut. Ja, und dann gucken wir uns natürlich noch die andere Seite an. Das darf ja nicht fehlen. Und hier geht es natürlich wieder darum, dass einfach Dinge gar nicht so extrem wahrgenommen werden oder überhaupt nicht wahrgenommen werden, weil hier die Körperwahrnehmung wieder so weit runtergepegelt ist. Und das könnten so Sachen sein wie ein mangelndes Körperbewusstsein zum Beispiel. Also dass Menschen, die hier propriozeptiv, ich übe das Wort auch noch und zwar schon ein paar Jahre, unterempfindlich sind, könnten zum Beispiel nicht so genau wissen, wo sich ihre Körperteile gerade befinden. Also die Extremitäten, also wissen gar nicht genau, habe ich mein Bein gerade angewinkelt oder fliegt das gerade durch den Raum oder habe ich gerade meinen Arm irgendwie in der Drehung, bringe ich den so mit, dass ich irgendwie auch jemanden treffen könnte. Das wird erstmal nicht so gespürt und dementsprechend kann es hier natürlich auch schnell zu Irritationen mit anderen Menschen zum Beispiel führen. Eine Situation, die mir hier besonders einfällt, die ich auch schon miterlebt habe, ist so Mannschaftssport. Da kann sowas durchaus dann auch problematisch werden. Ein weiterer Punkt sind die Schwierigkeiten bei der Feinmotorik. Es könnte sein, dass es schwierig ist, präzise Bewegungen auszuführen oder auch das Greifen von Gegenständen könnte ein Problem sein. Und was wir ja tatsächlich aus der Schule auch mit dem im Kontext Autismus sehr gut kennen, ist, dass es hier oft Probleme in der Feinmotorik gibt, was das Schreiben angeht. Insbesondere ja Menschen mit durchschnittlichem Intelligenzniveau, also sagen wir mal ehemals Menschen mit Asperger-Diagnosen, tendieren ja oft dazu, dass sie in der Feinmotorik ziemliche Probleme haben. Und das äußert sich natürlich relativ schnell beim Schreiben in der Schule. Und dann kann es auch sein, dass übermäßiger Druck zum Beispiel auf Gegenstände ausgeübt wird, also dass es ordentlich fest zugedrückt wird und dann irgendwann erst wahrgenommen wird, dass es hier so eine Druckwahrnehmung gibt. Und dann kann es sein, dass Dinge auch mal kaputt gedrückt, abgebrochen werden. Denn das ist durchaus eine Möglichkeit. Und was hier auch ein Thema ist, ist natürlich eine Unterempfindlichkeit oder man könnte auch sagen fehlende Empfindlichkeit gegenüber Schmerz und Druck. Also wenn ich zum Beispiel irgendwo gegenlaufe, mich quetsche oder so, dass das gar nicht so gut wahrgenommen werden kann. Und da sind wir wieder bei dem guten alten Verletzungspotenzial, von dem ich euch ja so oft berichte in Bezug auf Unterempfindlichkeiten, dass es einfach besteht. Und das ist hier natürlich auch nicht anders. Manchmal gibt es auch Überlappung zu anderen Bereichen, wie zum Beispiel dem vestibulären Apparat, also dass es hier auch Probleme gibt mit der Körperhaltung, mit dem Gleichgewicht, dass irgendwie Unsicherheit beim Stehen, beim Gehen, beim Sitzen sogar schon entstehen kann, weil man nicht so genau spürt, wie man jetzt positioniert ist. Ja, das sind alles so relativ problematische Geschichten. Und was hier halt ein großes Thema sein kann, ist halt die Verletzungsgefahr. Und aufgrund des verringerten Körperbewusstseins und der Empfindlichkeit gegenüber Verletzungen kann es natürlich auch schnell hier wieder der Fall sein, dass Verletzungen passieren und die gar nicht so richtig wahrgenommen werden. Und das kann natürlich schnell gefährlich sein. Ja, also das wäre es jetzt gewesen mit den Über- und Unterempfindlichkeiten und woran man die erkennt. Ja, und was machen wir da? Ganz einfach, wir reagieren wie immer natürlich auf Überempfindlichkeiten sehr sensibel. Also achten drauf, dass wir die Menschen nicht irgendwie ständig auszusehen berühren, auf die Schultern fassen oder sowas oder die Hand zu stark drücken. Muss man ja nicht mal. Es reicht ja auch schon, die Hand überhaupt zu drücken. Das kann ja auch schon als unangenehm wahrgenommen werden. Und wenn wir jetzt Kinder haben zum Beispiel mit diesen Wahrnehmungsauffälligkeiten, dann sollten wir darauf achten, dass wir denen auch weite Klamotten kaufen und die nicht immer in so enge Klamotten gepresst werden, irgendwelche Röhren-Jeans oder was es da so gibt. Und ja, da wird aber ja schnell auch eine Info losgetreten. Das heißt, die Menschen werden ja schon relativ klar dann auch deutlich machen, dass das gerade wehtut und unangenehm ist. Und das ist ja immer der Vorteil bei den Überempfindlichkeiten, dass die nicht so lange geheim bleiben und man dann ganz gut darauf reagieren kann. Bei den Unterempfindlichkeiten, gucken wir mal weiter, da ist es wichtig, einfach wieder darauf zu achten, dass keine Verletzungsgefahr entsteht. Also, dass sich jemand nicht verletzt, weil er irgendwas kaputt drückt mit der Hand, weil er das nicht spürt. Oder wenn die Person nie weiß, wo sich die Arme und Beine beim Laufen zum Beispiel bewegen, dann ist es wichtig, dass man sich vielleicht überlegt, ob man die Person jetzt nicht irgendwie in Mannschaftssport mit einbezieht. Das ist ja dann oft ein Gefährdungspotenzial für alle Richtungen. Das sollte man lieber überlegen. Natürlich auch im Sinne der Teilhabe, ob es da eine schlauere Sportart gibt, die vielleicht der Person viel mehr Spaß macht oder auf jeden Fall eine gute Alternative bietet. Ja, und immer daran denken, dass halt bestimmte Oberflächen auch unangenehm sein können. Und manchmal ist es so, dass dann halt auch gefährliche Oberflächen, also die schon viel zu spitz sind oder so, gar nicht so gut in der Wahrnehmung stattfinden und sich dann da auch wieder ein Gefahrenpotenzial rauskristallisiert. Also im Endeffekt ist es wie immer Überempfindlichkeit. Achtet drauf, dass du die Menschen nicht quält. Und unter Empfindlichkeit, da müsst ihr ein bisschen darauf achten, dass die Menschen sich nicht aus Versehen selber wehtun. Ja, und mit diesem Gedanken lasse ich euch jetzt mal alleine. So, und das war es jetzt für heute. Und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das hat mich sehr gefreut und besucht mich gerne auch in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram. Oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrumstörung präsentiere. und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.